Ja, jetzt geht's los. Also ich kann das jetzt nicht mit, mit, äh, mit, ähm, auf ihr Dingsbums ja sprechen. Also ich bin ein älterer Gamm, hab gerade meinen Pulli irgendwie gebügelt und war mit so Rohr, äh, Dingsbums in Berührung gekommen, Loch drin. Und ein guter Pulli, zwei Löcher drin. Macht kein Mensch mehr. Wer macht so, dass die das noch so Kunststoffe kommt? Ich hab mir jetzt durch die Auskunft ihre Handarbeit, Brill geben lassen, da steht die Nummer nur, aber ich hab keine Straße, nix. Meine Nummer ist hier, äh, mein Name ist Mülders und ich weiß nicht, wo ich mich dran wenden muss. Mein Schuster machte das nur mit meinen Damen da, aber die machen das auch nicht mehr und das ist ganz schön ärgerlich. Ja, das ist mir gerade passiert. Ich reibe und ich denke, der Fleck geht weg, da geht der Fleck weg und ist ein Loch drin, ich überlege, wo rein die Arbeit. Ist ja egal für sie, aber das Loch, zwei kleine Löcher. Nagelgroß. Ja. Nagelgroß. Vielleicht ruft mich jemand an, sagt, ja, das machen wir, haben wir jemanden. Also ich wäre sehr glücklich. Okay, das war's. Danke. Danke. Ihre Ver... Ich bin halt ab jetzt.